To Kobolds and Catacombs It's Kobolds and Catacombs So, bevor wir hier in den Hexswald starten, noch die ganzen Kartenpackungen mit euch öffnen, die ich hier noch so auf der Seite habe. Das heißt, wir haben 14 Kartenpackungen der Katakomben und Kobolde. Die Kobolde und Katakomben. Hier eine aus Eiskronen-Ziradelle. Dann zwei aus dem Ungoro-Addon und noch vier Standardpackungen. Ja, dann gibt es nächste Woche dann, also Mitte April, nächste Woche werden wir diese 74 Kartenpackungen zusammen öffnen. Es wird auch ein paar mehr geben, ich habe noch ein bisschen Gold übrig. Also wir werden ab nächster Woche einige Kartenpackungen zusammen öffnen. Jetzt aber für dieses Video wollen wir einfach nur diese Überbleibsel hier der alten Erweiterungen noch öffnen zusammen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal und wir beginnen mit den Standardpackungen. Ja, von hinten nach vorne, dann wird es auch ein bisschen spannender, was die legendären Karten und so weiter angeht. Und wir starten gleich mal mit der ersten Packung im Standardmodus. Und da haben wir einmal selten drin. Also da gibt es jede Menge Staub, ganz sicher. Da haben wir SI7-Agent. Okay, gut. Ja, ein bisschen Staub ist natürlich auch nicht schlecht vor der neuen Erweiterung. Dann können wir uns da ziemlich schnell mal auch Karten craften, die wir noch nicht in den Packungen dann kriegen. Und da haben wir auch eine seltene mit drin, Seele entziehen. Okay, auch da wieder natürlich alles nur Staub. So, ich wäre ganz zufrieden, wenn wir noch so, ähm, was sind das jetzt, 19 oder 20 Kartenpackungen, wenn wir da vielleicht eine legendäre rausziehen würden. Wäre ich ganz zufrieden. Mal schauen, was Bessard mit uns vorhat. Da ist schon mal die erste epische Karte. Das ist schon mal gut. Einmal selten noch dazu. Heißt noch mehr Staub. Sehr schön. Geheimnisbewahrerin. Und hier haben wir... Omen der Verdammnis. Auch das natürlich nur Staub. So, wir gehen weiter zu den beiden Ungoro-Packungen. Mal schauen, was uns da erwartet. Einmal selten, zweimal selten, einmal episch. Oh, gar nicht mehr so eine schlechte Packung, ne? Gar nicht mal so schlecht. Hat viel mit Eiern zu tun. Wir brauchen Eier-Terrorhorn, Junges. Dann hier umzingelte Wächterin. Und zum Schluss gibt es die epische Karte. Und zwar gefräßiger Schlamm. Ja, gut. Auch da ist natürlich alles wieder Staub. Aber wie gesagt, auch da bin ich ganz empfänglich dafür. Sag ich mal. So, einmal selten. Und mehr gibt es dann auch nicht hier. Oh, eine goldene. Auch nicht schlecht. Der mickrige Ravasaurus. Für eine goldene Karte hat er nicht sehr viele Bewegungen mit drin. Also die Animationen halten sich in Grenzen, kann man sagen. Und die seltene ist Eier-Dene-Schuppen. So, dann kommen wir zu der einen Eiskronen-Kartenpackung. Geöffnet wirst du. Und wir haben weniger Glück in der Eiskronen-Zitadelle. Hier gibt es nur eine seltene. Und das ist die Leichenspinne. Okay. So. Jetzt kommen wir zum momentan aktuellen Add-on. Und zwar Kobolde und Katakomben. Da haben wir 14 Packungen. Dann wollen wir mal schauen, ob wir da was Schlaues rausziehen. Bisher zwei epische Karten. Aber noch keine legendäre. Bleibt momentan auch so. Zweimal die Drachentöterin. Okay. Schrei schwer. Schrei schwammerl. So. Sehr gut. Kennt ihr natürlich alle. Da könnt ihr alles nachschauen. Bei den alten Kartenpackung-Öffnungsvideos. Also da haben wir alle schon mal mit dabei gehabt. Deshalb gehen wir auch nicht näher auf die Karten ein. Hier heilender Regen. Stellst zwölf Leben wieder her. Das zufällig auf alle befreundete Charakter verteilt wird. Ja, Schamanen-Karte für drei. Auch die ist eigentlich bekannt. Und die seltene ist gieriger Waldgeist. So, zwölf Kartenpackungen noch. Zwölf Packungen noch. Und eine epische. Die nächste epische also. Und ja, da ist eine legendäre. Da ist eine legendäre. Ich glaub's gar nicht. Okay, wir schauen mal. Die drei gewöhnlichen Karten. Ja, natürlich nichts Besonderes. Jetzt aber die epische Karte. Katakombenkriecher. Ja, da wurde der genervt. Und zwar des Grauens. Ist nicht mehr brauchbar, kann man so sagen. Aber jetzt bin ich gespannt. Welche legendäre Karte kriegen wir hier? Wow, legendär! Linessa Sonnenleit. Die Karte hab ich gar nicht. Für 7 Mana und 1,1 Paladin Diener. Kampfschrei. Wirkt jeden Zauber, den ihr in diesem Spiel auf euren Diener gewirkt habt. Auf diesen Diener. Danke, Twist, für deine Gratulation. Und Grüße an Twist natürlich. Ja, sehr schön. Also die Karte ist zwar zu nix zu bebrauchen oder nicht zu viel. Aber, ja, schön. Eine legendäre mehr, ne? Für die Sammlung schadet auch nicht so. So, nächste Packung. Da haben wir drin. Einmal selten. Und das soll es auch gewesen sein. Selten! Die seltene ist der Kobold Barbar. Ja, gut. Noch 10 Packungen. Noch eine legendäre vielleicht. Wer weiß. Zumindest eine epische. Gehe ich mal davon aus. Eine epische kriegen wir das sicherlich noch. So. Die seltene in dem Falle ist geringer Zaubersmaragd. Okay. Neun Kartenpackungen noch. Lass mal sehen. Einmal selten. Golden und episch! Da bin ich so erschrocken, dass ich gleich mal hier gedrückt habe. Wollte ich gar nicht. Die Wände kommen näher. Die epische Karte. Sehr schön. Und ich finde die Animation von dieser Karte echt genial. Ich finde diese Karte ist eine der bestanimiertesten Karten überhaupt im Spiel. Ja, also richtig, richtig toll gemacht. Mehr davon bitte, Blizzard. Definitiv mehr davon. So, die Wände kommen immer näher. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier, dann machen wir es doch mal, ne? Auf diese Seite. Gehen wir mal mit der seltenen dann weiter. Geringer Zauberdiamant und dann machen wir die gewöhnlichen. Alles umgekehrt heute. So. Ja. Kann man sich geben. Kann man sich geben. Acht Kartenpackungen noch. Und da haben wir einmal selten, zweimal selten. Auch gut. Ja, noch ein bisschen Golden wäre auch nicht schlecht. Wir kriegen Skorpomatik und Bärbeißiger Wächter. Danke dafür. Alles wieder staubt. So, sieben Kartenpackungen noch. Und wir haben in dieser Packung einmal eine seltene, ansonsten alles gewöhnliche. Golden ist auch keine mit dabei. Zweimal schläfriger Drache. Warum auch nicht. Und dann gibt es geringer Zauberjaspis. Okay. Sechs Packungen noch. So, komm. Gib mir nochmal hier eine legendäre. Da wäre der Rotmeck richtig schön zufrieden. Zweimal selten. Soll auch schon reichen fürs Erste. Geringer Zauberperle. Geringer Zauberperle. Und geringer Zauberamethyst. Okay. Fünf Kartenpackungen. Fünf Packungen noch. Da hat es noch Spatzung für eine legendäre. Da hat es noch Platz. Einmal episch. Sagen wir auch Dankeschön. Die seltene ist in diesem Falle die Leilinienmanipulator. Der Leilinienmanipulator natürlich ist ein R. Das sieht man da ganz klar am Schwab. Ja, egal. Die epische Karte. Stöbernder Kobold. Kampfschrei. Lasst einen eurer zerstörten Waffen auf eure Hand zurückkehren. Ein 1-3er für drei. Für alle Klassen. Ja. Nur ist natürlich ziemlich was für Schurken zum Beispiel. Kann gebraucht werden. Krieger natürlich auch. So. Einmal selten. Und das soll es auch gewesen sein. Der Drache ist wieder mit von der Partie. Hungriger Ettin. Okay. Und dann gibt es noch die letzten drei Kartenpackungen für heute. Daumendrückchen, Freunde. Daumendrückchen. Einmal selten. Ansonsten nichts Neues hier. Geringer Zauber-Mithril. Ja. Nichts wirklich weltbewegendes. Zwei Kartenpackungen. Jetzt aber. Komm. Nochmal legendäre. Nochmal eine legendäre. Schimmere golden. Ah. Will nicht. Will nicht. Dann haben wir hier. Also seltene Karte. Schreischwarmerl. Mal wieder. Mal wieder muss man sagen. Letzte Kartenpackung. Freunde. Jetzt aber. Letzte Kartenpackung. Wir beginnen mal mit einer seltenen. Dann hat man eine gewöhnliche, gewöhnliche. Nochmal eine seltene. Und eine epische. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben für die letzte Packung. Dann noch golden und gewöhnlich. Sehr schön. Der Staubwindkerker-Meister. Sehr nice in golden. Spiele ich auch in meinem Paladin-Deck. Dann geringer Zauber-Diamant. Golden und selten. Was ist denn das für eine Packung bitte? Ruf des Zwielichts. Sehr schön. Sehr schön. Und zum Ende gibt es noch die letzte, ähm, epische Karte. Episch. Nicht den goldenen. Aber entrinnen. Das Geheimnis des Schurken. Sehr schön. So. Kann ich mit leben. Wir schauen uns mal an, wie viel Staub wir daraus, ähm, zusammengesammelt haben. Mal die Sammlung anschauen. Was haben wir denn hier an Staub bekommen? 995 Staub. Damit kann ich lieben. Und zweimal eine epische. Staub haben wir ein paar epische gekriegt, die wir noch nicht, äh, zweimal gehabt hatten, ne? Sehr schön. Wir entzaubern das Zeug. Und wir haben jetzt 5350 Staub. Das heißt, wir können uns tatsächlich auch ein paar Legendäre craften, ja? Im neuen Addon. Da freue ich mich drauf. So. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten natürlich gerne auch einen Kommentar da lassen. Und, äh, ja. Mal sagen, wie seid ihr gehypt für den Hexenwald? Ich bin total gehypt. Ich finde die Karten extrem cool. Ich werde noch schauen, dass ich mit Teich Titi morgen, wenn möglich, nochmal, ähm, Kartenpreviews machen kann. Damit ihr auch, ähm, noch mehr Karten zu Gesicht bekommt, bevor das Addon wirklich rauskommt. Wir sind da ein bisschen knapp dran. Tut mir leid. Von der Arbeit her und so ging das halt nicht anders. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Karten durchbringen. Was es aber geben wird, ganz bestimmt, ist zu Beginn auch wieder die Kartenpackungsöffnungsvideos. Und da werden wir natürlich auch wieder auf die Karten eingehen, die wir noch nicht in den Previews genauer angeschaut haben. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren natürlich, damit ihr kein Video verpasst. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Rotmec. Ciao. Bis dahin.